Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen jetzt Deus Ex Mankind Divided auf der Playstation 4. Und das ist eine direkte Fortsetzung zu Human Revolution, was ich auch schon mal Let's Play hatte. Allerdings habe ich das Let's Play gelöscht, weil ich zum Anfang der ersten 10 Folgen dermaßen erkältet war, was man sich einfach nicht geben konnte. Das heißt, wenn ihr nicht die Story kennt, zieht euch irgendwie eine Zusammenfassung auf YouTube rein, dann wird es bestimmt welche geben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und wie immer, neues Let's Play. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt von Deus Ex und mir, dann lasst auf jeden Fall gerne zur Unterstützung einen dicken Like da. Ich schätze mal so 2.000, 3.000 sollten bestimmt drin sein bei euch. Checkt auch meine Instagram- und Twitter-Seite, wenn ihr auf dem laufenden Stand sein wollt. Ansonsten war es das. Wir fangen an und let's go. 2027. Fortschritte auf dem Gebiet der Biotechnologie ermöglichen es Menschen, ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten erstaunlich zu verbessern. Falls sie es sich finanziell leisten konnten, versteht sich. Ein neuer Typus betrat die Bühne. Halb Mensch, halb Maschine. Und zumindest in Detroit war nicht jeder froh da. Ich hatte gerade eine Stelle als Sicherheitschef von Seraph Industries angetreten, einem führenden Biotech-Unternehmen. David Seraph hatte mich persönlich dafür ausgewählt, seine Mitarbeiter zu beschützen. Dazu gehörte auch meine Ex, Megan Reed. Sie war eine brillante Neurowissenschaftlerin und hatte einen Weg gefunden, Augmentierungen für alle sicher und bezahlbar zu machen. Sie musste ihre Ergebnisse nur noch vor dem Kongress präsentieren. Aber in der Nacht davor versagten meine Sicherheitsmaßnahmen. Ein Team von Black-Op-Söldnern stürmte die Seraph-Zentrale und tötete alle Anwesenden. Drei von ihnen waren schwer augmentierte Panzer auf zwei Beinen. Ihre Mission? Megan und ihr Team auszuschalten. Ich wollte sie aufhalten, aber ihr Anführer warf mich durch eine Panzerglas-Scheibe. Das letzte, was ich hörte, als eine Kugel in mein Gehirn einschlug, war Meggans Todesschrei. Ich hätte mit ihr sterben sollen. Aber das passierte nicht. Militärische High-End-Optimierungen retteten mein Leben. Die besten Augmentierungen, die Seraphs Geld kaufen konnte. Nach einem halben Jahr hatte ich mich an sie gewöhnt. Weitere Ruhe war mir nicht vergönnt, denn Seraph Industries wurde erneut angegriffen. Diesmal von einer radikalen Gruppe pro-humaner Puristen. Gewalttätig militant und fanatische Gegner menschlicher Augmentierung. Sie bezeichneten sich als Mitglieder der Humanitätsfront, einer gemeinnützigen Organisation, die von der UN eine Begrenzung der Biotechnologie-Forschung forderte. Bei ihrem Einbruch in Seraphs Fabrik schließen sie auf Techniker, die gerade an einer streng geheimen Augmentierung namens Typhoon arbeiteten. Ich sollte sie wieder beschaffen und fand schließlich direkt daneben einen der sogenannten Puristen, die er mit Gehirnimplantaten ihre geheimen Daten herunterladen wollte. Hinter der Sache steckte offensichtlich mehr. Der Opti beging Selbstmord, bevor ich ihn befragen konnte. Seraph befahl mir, tiefer zu graben und das tat ich auch, mithilfe von Frank Pritchard, Seraphs Leiter der Cybersicherheit. Es stellte sich heraus, dass ein zweiter Hacker die Aktionen des Optis von außen gesteuert hatte. Pritchard und ich verfolgten sein Signal bis zu einem geheimen FEMA-Internierungslager in Detroit. Die selben Black-Op-Söldner waren dort, die mich sechs Monate zuvor zum Sterben zurückgelassen hatten. Sie versuchten natürlich erneut, mich zu töten. Aber diesmal hielt ich dagegen. Ich schaltete einen Tank namens Barrett aus und bekam von ihm eine neue Spur. Ein Penthouse in China. Natürlich wussten wir beide, dass es eine Falle war. Hengsha, China. Heimat einer so überfüllten Stadt, dass sie eine zweite obendrauf bauen mussten. Hier Spuren zu finden, dürfte schwierig werden. Zum Glück war ich nicht allein. Farida Malek, die beste Pilotin von Seraph Industries, hatte schon in Hengsha gelebt. Es ist immer gut, jemanden an der Seite zu haben, der sich auskennt. Malek setzte mich in der Lower City ab, in der Nähe des Penthouses, das Barrett erwähnt hatte. Bell Tower Associates, ein privates Sicherheitsunternehmen im Dienst der chinesischen Regierung, ließ das Apartment gerade durchsuchen, als ich ankam. Aber nicht aus dem Grund, den ich vermutete. Es stellte sich heraus, dass der Mieter ein krimineller Hacker namens Van Bruggen war. Derselbe Hacker, der den Opti in Seraphs Firma ferngesteuert hatte. Seine Panikreaktion, ihn Selbstmord begehen zu lassen, war ein Fehler gewesen. Denn nun wollten ihm seine Söldner-Kameraden ans Leder. Und ich musste ihn zuerst finden. Der Weg zu Van Bruggen führte über die Triaden, die Bosse des organisierten Verbrechens in Hengsha. Sie hielten den Hacker in einem billigen Capsule-Hotel fest. Als ich Van Bruggen fand, erzählte er mir freimütig, wer ihn rekrutiert hatte. Zhao Yunru, die Präsidentin von Taeyong Medical. Laut Van Bruggen wollte Zhao die Augmentierungsindustrie monopolisieren und hatte Black-Op-Söldner zur Destabilisierung ihrer Konkurrenz rekrutiert. Seraph Industries stand ganz oben auf ihrer Liste. Um das zu beweisen, musste ich bei TYM eindringen und ein Überwachungs-Hologramm von einem Server holen. Ich hatte den Verdacht, dass Van Bruggen mir etwas verheimlichte, aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was mich dort erwartete. Megan war nicht tot. Sie und ihre vier besten Kollegen waren entführt worden. Und ihre Entführer hatten es aussehen lassen, als wären sie tot. Ich musste mehr erfahren und stellte Zhao in ihrem Penthouse zur Rede. Sie behauptete nur ein kleines Rad im Getriebe zu sein und deutete eine mächtige Gruppe an, die die Geschicke der Welt kontrolliert. Dann floh sie in einen Panikraum und löste Alarm aus. Zeit für einen schnellen Abgang. Ich war sicher, dass Zhao gelogen hatte. Aber ein Teil ihres Geständnisses klang logisch. David Seraph war um seine Leute so besorgt gewesen, dass er allen einen Peilsender unter die Haut hatte implantieren lassen. Die GPLs hätten am Tag des Angriffs senden müssen. Aber laut Zhao hatte ein einziger Anruf bei Pikes, dem weltweit führenden Anbieter von Satellitennachrichten, genügt, um diese Signale abzustellen. Ich musste ins Peikes Hauptquartier in Montreal, um mehr zu erfahren. Eliza Kassan, First Lady of News von Peikes. Malek erklärte mich für verrückt, als ich sagte, Eliza sei in die Sache verwickelt. Die berühmteste Nachrichtensprecherin der Welt und ein Söldner-Team? Aber als ich Kassan in ihrem Büro befragte, gab sie offen zu, die Satelliten über Detroit in der Nacht gestört zu haben, als Megans Team entführt wurde. Sie habe allerdings nur Befehle befolgt. Sie wollte wohl noch mehr sagen, als Black-Op-Söldner auftauchten, um uns beide auszuschalten. Und plötzlich verschwand die Eliza, mit der ich gesprochen hatte. Die Söldner wurden von einer augmentierten Killerin angeführt, der ich schon zweimal begegnet war. Federova. Eine Frau, deren bester Freund die Stille war. Sie wartete, bis ich Elizas Sendesignal zu einem Serverraum unter dem Peikeskomplex verfolgt hatte und griff mich dann von hinten an. Es kam zum Kampf. Danach war sie für immer still. Als Federova tot war und Eliza nicht mehr überwachen konnte, tauchte diese wieder auf. Es stellte sich heraus, dass Peikes First Lady of News überhaupt keine Lady war, sondern ein KI-Programm, das Datenstreams verarbeitete und die öffentliche Meinung kontrollierte. Eliza erzählte mir, dass die Söldner einen Arzt der Humanitätsfront namens Isis Sandoval mitgebracht hatten, um die Peilsender zu entfernen, während die Satelliten über Detroit offline waren. Und wenn ich mehr wissen wollte, sollte ich mit David Serif reden. Als Malick und ich wieder in Detroit ankamen, waren die Spannungen zwischen normalen und augmentierten Bürgern eskaliert. In mehreren Städten kam es zu Unruhen und die UN sollte eingreifen. Serif wollte eine Abstimmung über eine Intervention verhindern und sprach deshalb mit Hugh Darrow, dem Erfinder und Philanthropen, der früher ein führender Verfechter der Optimierungstechnologien gewesen wäre. Für Serif stand viel auf dem Spiel. Megans Entdeckung hätte Millionen die Möglichkeit gegeben, sich über ihre normalen Möglichkeiten hinaus zu entwickeln und sie hätte gleichzeitig Serif Industries in den Fortune 500 weit nach vorne gebracht. Laut Serif wussten das Megans entführe. Sie wollten diese Entwicklung aber nur, wenn sie sie selbst kontrollieren konnten. Serif nannte seine Feinde Illuminaten und drängte mich weiter zu suchen. Ich suchte weiter und spürte Sandoval über den bekanntesten Augmentierungsgegner Amerikas auf, Bill Tackett. Sandovals Boss und Gründer der Humanitätsfront. Im Verhör gab Sandoval zu, Megans Team operiert zu haben, aber nicht um die GPLs zu entfernen. Er hatte sie lediglich auf eine andere Frequenz umgestellt. Pritchard konnte eines der Signale bis nach China verfolgen. Malek und ich machten uns sofort auf den Weg. Unglücklicherweise waren uns die Illuminaten einen Schritt voraus. Vom Himmel geschossen von Bell Tower Associates. Nur Sekunden nach der Ankunft im Luftraum von Hensher. Maleks Können als Pilotin rettete mich. Nach einem harten Kampf entkam ich nach Lower Hensher. Das Signal, dem ich folgte, führte mich direkt zu den Triaden. Genauer gesagt zu dem augmentierten Arm von Tongsi Hung, dem Anführer einer Bande von Augmentierungsharvestern. Tong sagte, er habe den Arm einer Leiche abgenommen, die Bell Tower vor seine Tür gelegt hätten. Mindestens einer von Seraphs Wissenschaftlern war demnach tot. Aber vielleicht nicht alle. Tong erzählte mir von einem Hafen für Menschenhandel und half mir an Bord eines Schiffes von Bell Tower zu gelangen. Es fuhr zur Rifleman Bank Station, einer Militärbasis im südchinesischen Meer. Bell Tower hielt dort entführte Zivilisten gefangen und benutzte sie zur Perfektionierung des Hiren-Projekts, einem Mensch-Computer-Interface, bei dem die meisten Testpersonen ihr Leben lassen mussten. Meine Suche nach Megan hätte damit geendet, wenn nicht ein geheimnisvoller Verbündeter namens Quinn aufgetaucht wäre. Für meine Hilfe, Bell Tower hochgehen zu lassen, brachte er mich auf ein zweites Schiff, das nach Singapur fuhr zur Omega Ranch, einer Biotech-Anlage der Illuminaten. Drei von Seraphs Wissenschaftlern wurden dort dazu gezwungen, eine Technologie zur ferngesteuerten Abschaltung von augmentierten Fähigkeiten zu entwickeln. Dank eines Notfallrückrufs der Weltgesundheitsorganisation war der erforderliche Biochip bei Millionen von Menschen weltweit bereits installiert worden. Mithilfe der Wissenschaftler verfolgte ich Megan Spur bis zu einem privaten Bereich der Ranch. Dort traf ich auf Jaron Namir, den Panzer, der mir bei unserer ersten Begegnung eine Kugel ins Gehirn gejagt hatte. Er hatte sich mit Sao zusammengetan und gehofft, mich unvorbereitet zu erwischen. Ein für ihn folgenschwerer Irrtum. Ich fand Megan in einer Suite, die Hugh Darrow gehörte, dem milliardenschweren Philanthropen, den Seraph um Hilfe gebeten hatte. Darrow hatte sie überzeugt, den Biochip-Plan weiter zu verfolgen, indem er versprochen hatte, die Tech zu sabotieren. Gerade als sie das erklärte, begann Darrow mit einer weltweiten Fernsehansprache, in der er verkündete, dass Augmentierungen der Untergang der Menschheit seien. Und um das zu beweisen, aktivierte er die Biochips. Auf der ganzen Welt begannen augmentierte Amok zu laufen und zu töten. Darrow hatte alle Hintergang. Und ich musste jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Dazu musste ich Panschaya erreichen, eine riesige Anlage im Arktischen Ozean. Ich rannte durch Gänge, die von augmentierten Arbeitern gebaut worden waren. Und überall sah ich Tod und Zerstörung. Als ich Darrows Sendesignal endlich abschaltete, war mir klar, welchen Schaden er angerichtet hatte. Dennoch war die Zukunft der Menschheit unklar. Wie würde die Welt auf diese Sabotage reagieren? Würden die Menschen jemals wieder Vertrauen zu Augmentierungen fassen? Was würde der nächste Schritt der Illuminaten sein? Nur die Zeit konnte uns darauf Antworten geben. Okay, das war eine ziemlich lange Zusammenfassung von dem Geschehen aus dem Vorgänger Human Revolution. Aber so sind die Leute, die den Vorgänger gezockt haben, auf dem aktuellen Stand wieder. Und die Leute, die das überhaupt noch gar nicht kennen, wissen jetzt ungefähr, was er geht. Die Welt retten. Und jetzt? Bei einem weiteren Terroranschlag sind 251 Passagiere an Bord des Sister Airlines Flugs 451 ums Leben gekommen, als ein augmentierter Passagier sich Zugang zum Cockpit verschaffte und die Crew brutal ermordete. Der Black Box ist zu entnehmen, dass der Mann unter Flashbacks des Opti zwischenfalls litt. Jenem Tag vor zwei Jahren, an dem Augmentierte weltweit in eine psychotische Mordlust verfielen, die zum größten Verlust an Menschenleben in der jüngeren Geschichte führte. Manchmal muss man einfach loslassen und annehmen, was man geworden ist. Sie werden doch jetzt nicht sentimental, Techno, oder? Falls doch, McReady. Sie werden es nicht kommen sehen. Agent Jensen, bekomme ich ein Problem mit Ihnen? Nein, Sir. Dazu besteht keine Veranlassung. Gut. Sie sind nämlich der einzige Augmentierte in diesem Team. Und das will ich unbedingt ausnutzen. Alle herhören! Wir haben einen Sandsturm am Arsch und können uns keine Fehler leisten. Wir suchen einen Waffenhändler. Sein Name ist Shepard. Ein Ex-Bell-Tower. Einer der Special Forces Commander, die während des Zwischenfalls verschwunden sind. Er ist aus einem Versteck raus? Klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Er verkauft Waffen- und Militäraugmentierungen an Terroristen. Das ist Aaron Singh. Der Undercover-Agent, der Shepard aus seinem Loch geholt hat. Der beste UC, den Interpol hat. Seit drei Jahren versucht er bei den Djinn nach oben zu kommen. Einem Schmugglerkartell aus dem Irak, das den Osten infiziert hat wie eine Seuche. Letzte Woche hat unser Waffenhändler, den Djinn, eine große Lieferung Schwarzmarktware zu einem Spottpreis angeboten. Singh soll die Abwicklung übernehmen. Es wird Ihnen nicht gefallen, wenn Interpol Ihre Party sprengt. Ist Singhs Tarnung wirklich gut? Im Moment schon. Und es muss auch so bleiben. Hier soll der Deal stattfinden. Ein halbfertiges Hotelhochhaus, das seit dem Zwischenfall verlassen ist. Das Innere ist nicht gerade schön. Lassen Sie mich raten. Die meisten Arbeiter hatten schwere Industrieaugmentierungen. Und beim Zwischenfall sind sie durchgedreht und haben ein Massaker angerichtet. Und seitdem war niemand außer einigen obdachlosen Junkies mehr da drin. Wie lautet Ihr Plandirektor? Singh trifft Shepard im Erdgeschoss, im Atrium des Hotels. Der Großteil seines Djinn-Teams ist im Penthouse und sichert einen Aussichtspunkt. MacReady's Team bezieht beim Atrium Position und führt die Verhaftung durch. Jensen, Sie gehen alleine übers Dach rein. Mein Einsatz hier? Sie sorgen dafür, dass die Djinn nicht eingreifen. Soweit wir wissen, gibt es nur einen Weg vom Atrium zur Penthouse-Etage. Ein halbwegs intakter Fahrstuhlschacht. Hier. Blockieren Sie den Zugang. Okay, lassen Sie mich gehen. Wollen Sie sich dabei nur auf Ihre Augmentierungen verlassen? Ich würde an Ihrer Stelle etwas Hardware mitnehmen. Zur Sicherheit. Ähm. Jetzt die Frage. Ah, komm, ich versuch's. Boah, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das hier ist im Spiel. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, war nämlich im Vorgänger so, dass wenn ihr auf nicht tödlich geht, dass ihr mehr Erfahrungspunkte bekommen habt. Was, ähm, ja, so zwiegespeilend war. Auf der einen Seite ist es natürlich nicht tödlich, also undercover, die Leute nur mit Fäusten kaputt schlagen. Bisschen schwieriger, als es direkt loszuballern. Auf der anderen Seite, wer Bock hatte, einfach zu ballern, der war ein bisschen im Nachteil wegen den wenigen Erfahrungspunkten. Ich versuch's erstmal nicht tödlich und wir gucken einfach mal. Wir haben da drin einen UC. Und es ist vielleicht leichter, seine Tarnung zu wahren, wenn er am Ende nicht der Einzige ist, der noch atmet. Gut mitgedacht. Genau. Denn wenn ihm was passiert, werden Sie es seiner Frau sagen. Nach Ihrem Krankenhausaufenthalt. Versteht sich. Wie sieht's mit der Distanz aus? Es gibt in dem Gebäude viele große Räume und hohe Decken. Aber es gibt auch einige kleine, enge Zimmer. Ach, eigentlich schlecht zum Schießen. Nahtkampfwaffe. Oder Slapperkiller1-Action. Ich weiß nicht. Ich glaub Nahtkampf. Äh, Distanzmärchen. Ich werde in einem Karten spielen. Geben Sie mir etwas mit Reichweite. Ihre Entscheidung, Sie sind unauffälliger und Sing fliegt nicht so schnell auf. Eines noch, Jensen. Sing sagt, die Jinn benutzen einen tragbaren Funkverstärker. Er hat eine bessere Chance, seine Tarnung zu halten, wenn Sie das Ding deaktivieren. Ich halte die Augen offen. Aber stehen wir nicht unter Zeitdruck? Sie haben gesagt, ein Sandsturm zieht auf. So ist es. Und wir haben die Infos über diese Mission in letzter Minute bekommen. Also schwimmen wir ein bisschen. Im Notfall müssen Sie die Jinn vom Atrium fernhalten. Verstanden. Schluss mit dem fröhlichen Geplänkel, meine Herren. Wir nähern uns dem Zielgebäude. Sie zuerst, Jensen. Es geht los. Endlich. Jetzt geht's endlich los, Leute. Du bei 20. 29. Kommando, hier Knife Leder. Aktiviere Flüstertriebwerke und gehe runter auf 1.5. Aktiviere Flüstertriebwerke und gehe runter auf 1.5. Perfekte 3-Punkt-Landung. So wie sich das gehört für einen Helden. Oh shit. Team Leader hier Jensen, ich bin auf dem Dach. Empfang ist klar. Gehen Sie ins Gebäude. Der Zugang, den Sie blockieren... Ups, sorry. ...dann sollen es am anderen Ende der Penthäuser. Und noch was. Der direkte Weg ist nicht immer der einfachste. Roger. Mercury meldet sich, sobald sein Team am Boden ist. Miller out. Okay. Oh. Drücken, durchsuchen. Leer. Alles klar, Leute. So, Kreditkarte. Nehmen wir natürlich mal mit. 50 Credits am Start direkt. Was geht? Und ich muss mich erstmal dran gewöhnen, Leute. Das sieht echt ganz nice aus, finde ich. Der Design-Stil gefällt mir sowieso von Deus Ex. Der ist super geil. Auch schon in Human Revolution war der sehr, sehr geil. Und, ähm... Ja, Leute. Ich bin echt gespannt. Ich hab richtig Bock auf das Game. Eins meiner absoluten, ähm... Was war das jetzt? Fallen und dann Kreistaste los? Was ist hier denn los? Ähm... Eins meiner absoluten, äh... Favoriten. Most Wanted-Spielen dieses Jahr. Deus Ex. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was das Spiel so zu bieten hat. So. Hat der noch hier irgendwas, was ich brauchen könnte? Ne, anscheinend nicht. Achso, ah, f... Fucken, ficken, fucken. So, warte mal. Was hab ich denn für einen Eintrag bekommen? Das hier? Oder war das hier? Ach, guckt euch das mal an. Schrauben, das sind Teile, damit kann ich Sachen herstellen. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir hier die Karte. Dann haben wir hier die Datenbank. Da, da, das hab ich doch gerade bekommen. Was ist denn das? Scannen Sie dieses Dreieck... Diesen Dreieck-Code mit der Deus Ex Universe App. Also, wer die App hat, scannt die Scheiße. Ich bin da kein Fan von. Ich bin da absolut null ein Fan von, von Spielen mit irgendwelchen Zusatz-Apps oder so. Ich hasse sowas. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt hier irgendwas verändert, im Spiel selbst oder nicht. Das kann ja gerne mal jemand, der da Bescheid weiß, in die Kommentare schreiben. Aber grundsätzlich bin ich nicht so ein Fan davon. Dann kann man ja hier mal sehen, was wir gerade für Augmentierungen haben. Jetzt ist die Frage, das werden wir wahrscheinlich noch alles beigebracht bekommen. Deswegen gehen wir, wir gehen erstmal weiter. Wahrscheinlich sobald wir unser erstes Level erreicht haben, wird uns das alles erklärt. Ach, gedrückt halten. So, jetzt. Aha. Dreieck-Codes. Überall im Spiel sind Dreieck-Codes versteckt. Scannen Sie mit dem Handy, blablabla. Exklusive Inhalte zu erhalten, ne? Das ist ja schön. Das meine ich. Genau das meine ich. Das mag ich einfach nicht. So. Bam, Junge. Siehst du das, Batman? Man kann die Scheiße auch einfach aufprügeln. Man glaubt es kaum, aber Batman ist da so ein bisschen... Wir bewegen uns durch die Lobby Richtung... Oh, Scheiße. Was ist los? Die Djinn haben ein paar Generatoren aufgestellt. Wir müssen die Tastenfelder hacken. Genießen Sie es, McReady. Sie haben Farben und Formen. Wichtig ist nur eins. Rot ist böse. Fick dich! McReady, Alter. Was hab ich denn da auf dem Steuerkreuz? Alter, unsichtbar. Oh, nein, 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 nein! Ähm... Hätte ich vielleicht nicht einsetzen sollen. Was ist das hier oben? Kann das sein, dass dann meine Schritte leise werden? Das kann sein, ne? Weg damit. Hiiii! Okay, wie es unten verschwindet ist, natürlich. Ey, was geht denn ab jetzt? Aber war auch irgendwie klar, dass so ein Hotel... Was übrigens unumal geil aussieht, wie ich finde. Irgendwo in Dubai sein wird. Sanitätskasten. Nehmen wir mal direkt alles mit. Wegweiser. Öffnen Sie mit dem Touchpad das Inventar. Wählen Sie links sich ein Objekt aus. Dann sehen Sie, wir füllen die Optionen an. Wir würden, wir würden, wir können sie nicht mehr öffnen. Ja, alles klar. Ich denke mal, hier müssen wir rein. Aha! Um Smart Vision auszurüsten, wählen Sie linken Stick. Aha! Und drücken Sie L1, um zu sagen, dann... Aha! Aha! Was haben wir denn noch hier? Taifun... ... und Beinschalldämpfer. Aha, alles klar. Glasschildtarnung. Das ist doch ganz nice. Inventar. Okay. Dann wollte ich mir ganz kurz nochmal das reinziehen, was ich vorhin aufgehoben habe. Was war das genau? Die Biozelle? Oh, fuck! Was habe ich gemacht? Ich habe X gedrückt. Scheiße. Hypostim-Injektor. Na, egal. Boom, Jungen. So muss es sein. Ja, wir wollen nochmal ein bisschen Snap-A-Killer-One-Action. Wo sind die... Wo sind die Enemies? Wo sind die Feinde wieder? Okay. Oh, fuck! Dann war das doch ganz gut, dass es ausgeschaltet war. Ah, warte mal. Ich kann die wahrscheinlich hier reinlocken, oder? Kann ich die reinlocken, oder kann ich irgendwie dann anders raus? Okay. Ich muss das auf jeden Fall aktivieren. Und dann hier anders raus. So. Okay, alles klar. Haben wir. So. Okay. Hätte auch sein können, dass ich die da reinlocken kann. Aber wahrscheinlich werden sie dann gestorben. Hacken wir die Scheiße. So. Oh, shit, Alter. Was ist das denn jetzt hier? Bewegen Sie links X zu den Knoten vor Ihnen. Drücken Sie X, um die Knoten zu übernehmen. Na, komm schon. Komm schon, schneller jetzt hier. Los, los, los. Los. Okay. Ja gut, das ist ja noch easy going. Erster Versuch, was gedacht standen hat. Tutorial-Modus. Deckungstutorial. Folgen Sie den grünen Hologrammen, um Tutorial-Anweisungen zu verschiedenen Spielmechaniken zu erhalten. Sie können ohne Konsequenzen experimentieren, sowie jederzeit zurücksetzen oder beenden. Möglichkeiten der Deckung. Lernen Sie, wie man in Deckung geht. Die Deckung wechselt, um die Decke spät. Die Deckung überspringen und aus der Deckung in die Ego-Perspektive wechselt. Tutorial-Modus. Machen wir das ganz kurz mal. Ey, was geht denn? Was machst du da? Oh, shit, alter. Das wollte ich doch gar nicht. Verlassen. So. Jetzt ist die Frage... Soll ich den direkt kaputt schießen? Bisschen Snapper-Killer-One-Action? Ich hab irgendwie Bock drauf. Aber... Nee. Schön leise Schritte. Hatte ich ja noch mal Glück. Ah, scheiße. Komm mit. Komm mit, Johnny. Komm mit. Ah, ich muss erst mal... Ich muss erst mal klarkommen, auf dem rechten Stick ducken. Ich trage die ganze Zeit Kreis. Aber das ist bei mir in die Deckung gehen. Dann hab ich gerade X gedrückt. Und bin gesprungen, was auch natürlich richtig affig war. Oh, shit. Oh, shit. Das war nicht meine Absicht. Gehen Sie bitte weg. Das ist nicht so eine geile Snapper-Killer-One-Action. Da ist einer, da ist einer. Ja, warte mal. Ich kann die doch auch einfach... Ich kann die doch auch einfach kaputt schießen, Leute. Ich muss eh gucken, ob ich das auf Stealth mache oder auch nicht. Ich weiß nicht. Mal sehen. Weil der absolute Stealth-Master oder so, das bin ich einfach nicht. Und das werde ich auch niemals sein. Ich werde es niemals mehr werden, in meinem Leben. Oh, shit. Jetzt hat er mich gesehen, ey. Beziehungsweise, der hat es gehört, dieser... Hat er mich gesehen? Gesehen hat er mich nicht. Guck mal, ich bin eine barmherzige Seele. Das ist doch schön, oder? Kann ich die Sachen einfach mitnehmen? Kann ich die vielleicht sogar verkaufen, die ganze Pistole? Weiß gar nicht. Ich nehme das einfach mal mit. So. Haben wir noch hier irgendwas? Oder können wir direkt dort weitergehen? Ich weiß es nicht, oder ne? Was haben wir hier? Tastenfeld. Hacken wir die Scheiße direkt. Hier lang. Zack. Schneller, 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 schneller. Bam. Gar kein Problem hier. So, zack. Zugriff gewährt. So muss es da immer auf jetzt hier. Jensen, Mac, Achtung. Laut Doppler nähert sich der Sandsturm schnell. Er ist groß und trifft uns voll. Ich hasse die Wüste. Visuelle Bestätigung? Ja, die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Verstanden. Verstanden. Hm. So. Dann frügelen wir uns mal hier kurz rein. Warte mal, wie sieht es eigentlich aus? Kann ich jederzeit speichern? Ja, okay. Ey, warum gehst du nicht da rein, Junge? Die Augmentierung Icarus Landesystem wird bei einem Sturz automatisch ausgelöst, um Schaden zu vermeiden. Ach, das ist ja interessant zu wissen. Ähm. Sollte ich denn sonst hier rein? Warte mal, das muss ich mal ganz kurz mal untersuchen. Ansonsten soll ich hier rein, ne? Aber vielleicht ist das ein Geheimweg, wo sie mich nicht direkt erwarten müssen und mich direkt zusammenschlagen wollen. Also, deswegen geh ich erst mal hier lang. So. Also, let's go. Tutorial-Modus. Stealth-Tutorial. Warum nicht gleich so? Ja, komm, machen wir das Tutorial noch. Und dann würde ich sogar sagen, gehen wir, oder machen wir erst mal, gleich Schluss. Ach, hier unten lang. Okay. Ja, hab ich doch jetzt, oder nicht? War das jetzt richtig? Ich hab das nicht ganz verstanden. Mit dem, äh, mit der Markierung. Ich hab den ja anvisiert, aber da hat sich irgendwie nichts verändert. Oder, warte mal, kann es sein, vielleicht sogar, dass ich, wenn ich auf den ziele, auf die Leute ziele, dass sie irgendwie markiert werden oder so? Darauf hab ich jetzt nicht gearbeitet. Beziehungsweise, doch, hab ich schon, aber ich hab nichts gesehen. Na, egal. Ja. Gut, Leute, ich würde sagen, äh, wenn man ja das eh hier jederzeit speichern kann, was übrigens jedes einzelne Spiel auf dieser Welt haben sollte, zumindest eine solche Art von Spielen, Rollenspiel, etc., ähm, dann machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Ja, fast 30 Minuten, würde ich sagen, reicht auch erstmal, äh, fast 40 Minuten, meine ich, reicht auch erstmal. Wer es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt von DeusX, dass wir das auch vielleicht sogar gemeinsam durchzocken, das werden wir dann sehen. Lasst uns auf jeden Fall gerne ein bisschen Unterstützung da und auch natürlich die folgenden Videos sehr gerne unterstützen. Eure Meinung in die Kommentare zum Ersteindruck zu dem Spiel und, ähm, was könnt ihr noch machen? Ach, genau, Instagram und Twitter abchecken, das hab ich auch schon am Anfang gesagt, aber da bleibt ihr immer auf dem laufenden Stand. Das war's, ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns, haut rein und tschüss.